Die Firma SICK kennt fast jeder. Aus meiner Sicht ein perfekter Markenartikel für ihre Werbebotschaft. Beim Markenartikel profitieren sie vor allem vom Qualitätsversprechen und vom Image-Transfer. SICK hat jetzt eine echte Innovation, nämlich den praktischen Verschluss One Hand. Den kann man mit einer Hand öffnen und auch wieder verschließen. Die Flasche ist auch für kohlensäurehaltige Getränke geeignet und es gibt zwei Versionen. Eine aus Edelstahl als Thermoflasche mit einer Isolierleistung von 20 Stunden kalt und 12 Stunden warm. Und für unterwegs gibt es die praktische Tritannflasche. Sie ist bruchsicher, geschmacks- und geruchsneutral. SICK hat aus meiner Sicht den Werbeaufdruck auf Edelstahl perfektioniert. Daher meine Empfehlung, nutzen Sie die große Werbefläche für ein starkes Motiv. SICK hat aus meiner Sicht den Werbeaufdruck auf Edelstahl auf Edelstahl auf Edelstahl auf Edelstahl auf Edelstahl auf Edelstahl auf Edelstahl.